Meine lieben Zuschauer, Investoren, Trader und Spekulanten hatten in den letzten Wochen vermehrt Wetten darauf abgegeben, dass EZB und FED im Jahr 2024 deutlich häufiger die Zinsen senken werden, als von den jeweiligen Zentralbanken angesagt. Sechs bis sieben Zinsenkungen waren erwartet worden. Während die EZB die Tür für eine Zinssenkung in der ersten Jahreshälfte noch offen gelassen hat und der Euro eher Grund hätte unter Druck zu kommen, hat die FED diesem Vorgehen, nämlich eine Zinssenkung bereits im März, eine deutliche Absage erteilt. Dazu sind am Freitag extrem starke Arbeitsmarktdaten in den Markt gekommen, was wiederum die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im März, sogar im Mai dieses Jahres reduziert. Also wird der Dollar stärker. Und alles, was gegen den Dollar handelt, wettet und tradet, kommt unter Druck. Dazu gehören Brent, Gold, Silber, Ethereum und Bitcoin. Wie stark können diese Assetklassen eigentlich unter Druck geraten? Wo sind die nächsten Unterstützungsmarken? Das will ich euch gar nicht sagen, sondern das soll euch Enfin sagen. Denn ich habe euch das am Freitag gesagt, die Beta-Version unserer neuen Plattform Enfin ist bereit zu haben. Unsere Klienten können es nutzen. Es ist eine wunderbare webbasierte Chartsoftware mit allem, was eine Chartsoftware braucht, nur mit so viel Liebe zum Detail und vieles, was bei anderen Chartsoftwaren nicht so gut funktioniert, was die Übersichtlichkeit angeht. Oder zum Beispiel, wenn es darum geht, in einem Chart raus zu zoomen und rein zu zoomen, um einen flüssigen Verlauf zu haben. Und im März werden wir das Produkt offiziell launchen. Dann kann man auch nur die Chartsoftware kaufen. Im Moment, wenn ihr mit uns tradet, investiert, gemeinsam bekommt ihr die Chartsoftware on top. Und ich hatte euch, wenn ich noch eins sagen darf, im letzten Jahr gesagt zu Black Friday, günstiger werden die Produkte der Formationstrader nicht mehr werden. Wir haben sie schon angepasst. Und wenn das neue Produkt gelauncht ist, dann werden die Preise sofort wieder nach oben angepasst werden, weil wir dann ja zusätzlich zu den Trades, zu den Investitionen dann auch noch eine Chartsoftware haben, die auch noch den Markt für euch analysiert. Und was die Analyse angeht, der Kopf, der diese automatische Analyse, den Algorithmus dahinter geschrieben hat, nicht programmiert hat, das bin ich. Jetzt könnt ihr sagen, also macht es doch der Esna Aschari. Ja, es ist keine persönliche Note mehr da drin, sondern ein Algorithmus, der das automatisiert, analysiert und euch sagt, da ist Unterstützung, da ist Widerstand. Und deswegen, Enfin, ich freue mich schon darauf, wenn Enfin mit mir reden kann, wir fragen mal, wo ist denn eigentlich bei Brent die nächste starke Unterstützung? Und da macht Enfin eine ganz klare Ansage und sagt, hier guckst du dir an, automatisch erkannt und gezeichnet, die horizontale Unterstützung bei 70,36 Dollar. Hält, 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 hält. In Ordnung. Das heißt, 70 Dollar ist, wie die Amis so schön sagen, line in the sand. Also wenn es unter die 70 fällt, dann hat meiner Meinung nach der Ölpreis ein ernsthaftes Problem. Und ich persönlich lehne mich wieder aus dem Fenster, haltet mich fest, nicht, dass ich aus dem Fenster rausrutsche. Entweder produzieren die OPEC-Länder mehr, streiten sich oder wir brauchen dafür eine Rezession. Andernfalls ist die 70 eine sehr starke Unterstützung. Wenn wir in die kleinere Zeiteinheit gehen, ich gehe mal in den 4-Stunden-Chart und wir schauen uns einmal das hier an, diese Abwärtswelle und diese Konsolidierung, dann habe ich euch das, glaube ich, schon mal gezeigt gehabt vor ein, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen. Oder war das meinen eigenen Klienten? Da sehen wir Folgendes. Das ist hier der Abverkauf, den ich euch in der Woche gezeigt habe. Und das ist die dazugehörige Konsolidierung. Und ihr seht Folgendes, ihr seht, dass diese Konsolidierung mit der bärischen Welle in einem Kanal verlaufen ist. Und wann immer wir einen Abverkauf haben oder eine Konsolidierung haben, ist das eine Bärenflagge. Und wenn ihr sagt, das ist schon alles gezeichnet, warum ist denn das noch eine Beta-Version? Weil wir tatsächlich noch ganz kleine Fehler drin haben. Denn das, was ihr hier zum Beispiel seht, das muss normalerweise nach unten projiziert werden, damit ihr auch seht, was ist eigentlich das Ziel dieser Bärenflagge. Und dann das vergleichen könnt mit der horizontalen Unterstützung bei 74 und bei 72, natürlich in der größeren Zeiteinheit, auch die 70. Oder wenn ihr euch das FIP anschaut, dann seht ihr, ah, die 161 FIP-Retracement wird hier eingeblendet. Wenn ich mit der Maus weggehe, dann sieht man es nicht mehr, ist bei 73,04. Das heißt, eine erste stärkere Unterstützung ist dann hier im Bereich von 73. Die nächste sehr starke Unterstützung ist bei 70. In der technischen Analyse geht es immer um Wahrscheinlichkeiten. Es geht darum, was ist aktuell wahrscheinlicher. Die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in Richtung 75, 73 ist deutlich größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pullback in Richtung 81, 82 nochmal eine Abwärtswelle sieht, in Richtung 74, 73 deutlich größer. Das heißt, wenn ich ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis haben möchte, dann warte ich auf einen Rücksetzer in Richtung dieser horizontalen Marke, in Richtung der 61er FIP. Und von dort mit dem Stop-Loss darüber hat er die Möglichkeit, in Richtung 73 zu laufen. Das ist zeitsparend, das ist automatisiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ah, nee, also, ich glaube, ich versuche mir nochmal die Linie so zu zeichnen, wartet mal kurz, dass es doch noch irgendwie funktioniert. Ich muss nur, hat nichts mit der Chartsoftware zu tun, hat nur was mit mir zu tun, weil ich diese beiden Monitore kopiert habe und gerade dadurch den nicht so ganz umzündet. Ah ja, das ist doch eine Unterstützung. Ich habe das schon so oft gesehen, dass wenn man nicht will, dass etwas fällt, dass man dann einfach diese beiden Punkte miteinander verbündet und sagt, guck mal, der hält noch. Dabei ist ja die Linie längst gebrochen. Und das ist der Vorteil einer automatisierten Analyse. Brent also mit der Stärke, die wir im Dollar sehen, mit dem Potenzial einer weiteren Abgaberunde 80, 81 ist jetzt eine Widerstandszone. Wenn wir uns als nächstes mit Gold beschäftigen und in der größeren Zeiteinheit schauen, da muss man ganz klar sagen, das hatte ich euch auch seinerzeit gesagt, als der Goldpreis in Richtung 2000 war, da habe ich gesagt, ich rechne mit einem Rücksetzer in Richtung dieser Unterstützung bei 1800. Ganz klare Unterstützung. Weiter links Widerstand, Unterstützung, Unterstützung. Dazu hier 61er-Fib dieser großen Abwärtsbewegung. Hat gehalten, nochmals, das ist eine technische Unterstützung. Diese technische Unterstützung wurde verstärkt durch die Inflationsdaten aus den USA und es pivotet der FED, die dann nämlich natürlich gesagt haben, wir wollen die Zinsen senken. Das heißt, diese sehr starke Reaktion ist natürlich eine Kombination aus der technischen Situation und der fundamentalen Situation. Bedeutet, wir haben von 1800 bis 2130 die nächste Aufwärtswelle. Und wenn wir uns das in der kleineren Zeiteinheit, nämlich zum Beispiel im Tagesschart anschauen, da sehen wir, und das finde ich dann immer so besonders gut, da zeigt er dir, pass auf, der letzte große Trend im Tagesschart anhand des FIPS ist aufwärts gerichtet. Und alles, was hier ist, ist im Moment eine Konsolidierung. Wo ist dann die nächste Unterstützung? 61er FIP, immer eine wichtige Zone. 1935, falls die Stärke beim Dollar anhalten sollte, erste Unterstützung. Und wenn wir in die kleinere Zeiteinheit gehen, sehen wir, ah ja, 1960 bis 1930 ist auch eine horizontale Unterstützung. Und nochmal zu einer gesamten Aufwärtswelle 61er FIP. Ich sage nicht, der Goldpreis muss dahin kommen. Ich sage nur, 1930 ist für Trader eine wirklich interessante und starke Unterstützung. Und das kostet mich nur eins, Schat aufmachen. Den Rest zeigt er mir. Es gibt typischerweise für eine Seitwärtsphase, natürlich, in einer Seitwärtsphase entstehen viele Unterstützungen und Widerstände, weil der Markt immer in Seitwärts läuft. Und dann sehen wir Oberkante 2130, Unterkante 1130 und dann gibt es noch untergeordnete Unterstützung und Widerstände. Falls jemand in einer kleineren Zeiteinheit handeln möchte und etwas Kleineres sehen will. Ich würde mich tatsächlich interessieren, hat er hier im 15-Minuten-Chart? Nö, hat er nicht. Ich habe mich gefragt, ob der hier in einer kleineren Zeiteinheit, hat er doch. Also, der erkennt nämlich, ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehen ist, von diesem steilen Anstieg macht er ja hier eine Konsolidierung. Das heißt, der sagt, von dem, was der, Sekunde, von dem, was der hier, von hier unten nach oben gemacht hat. So, von dieser großen Welle. So, ich muss jetzt einmal kurz alles löschen. Alles, was eine Chartsoftware braucht. So, davon hat er eine umgedrehte V-Formation gemacht. Und dann sagt er, das ist sein Ausverkauf. Und das, was hier drin ist, das ist die Bärenflagge. Und er macht noch was anderes. Das ist der erste Ausverkauf. Das ist die große Konsolidierung. Der erkennt dann den zweiten Ausverkauf. Und das ist die zweite Konsolidierung. Und deswegen muss man Folgendes sagen. Spekulativ unterhalb der 2020. Konservativ unterhalb der 2000. Hat der Goldpreis das Potenzial, diese Unterstützung, die ich euch genannt habe, nämlich in Richtung der 1930 anzulaufen. Automatisch analysiert. Und dann werden wir sehen, was der Markt daraus macht. Ein ähnliches Bild. Sehen wir auch bei Silber in US-Dollar. Nur mit dem Unterschied, dass bei Silber folgende Konstellation besteht. Wenn wir uns das einmal im, Verzeihung, im Tagesschart anschauen, dann sieht man, dass der Silberpreis in einer großen Range verläuft. Zwischen 27 Oberkante und Unterkante im Bereich von 17,43 Dollar. So, Oberkante, Unterkante. Da gibt es untergeordnete Unterstützung und Widerstände bei 20 und bei 26. Und Silber verläuft ebenfalls seit den Tiefs im September in einem Kanal. Spekulativ kann man sagen, Kanal, ich sage es gerne nochmal, automatisch erkannt. Spekulativ unter diesen Tiefs im Bereich von 22 Dollar hat der Markt das Potenzial, in Richtung 20 Dollar und später 18 Dollar zu gehen. Wenn ich mir das in der kleineren Zeiteinheit anschaue, dann sieht man, die 22 Dollar als Unterstützung hält, hält. So, darunter nochmals, in der größeren Zeiteinheit, ist es auch unterhalb dieses Kanals, hat er das Potenzial, in Richtung 20 und gegebenenfalls in Richtung 18 Dollar zu laufen. Bei zunehmender Stärke des US-Dollars. Erst wenn der Markt, ich gehe nochmal einmal in den 4-Stunden-Chart, diese horizontale Marke im Bereich von 23,50 rausnimmt und von der letzten Abwärtswelle 61er hat er das Potenzial, weiter höher zu laufen. Jetzt sagt ihr, warum ist da eigentlich nur horizontal und FIP und ab und an mal ein Kanal, da musst du noch mehr drin sein. Mehr brauchst du nicht, um einen Chart zu analysieren. Diese völlig überfrachteten Charts mit Informationen sorgen dafür, dass du das Wichtigste gar nicht erkennen kannst. Du siehst, dass das hier eine klare Range ist, Oberkante, Unterkante. Mehr brauchst du nicht. Du siehst jetzt auch noch bei uns, dass das auch noch ein Kanal ist und deswegen die 22 noch mehr Gründe hat, dass wenn er fällt, ausverkauft wird. Denn die einen haben ihr Stop-Loss unterhalb der 22 wegen der horizontalen und die anderen haben ihren Stop-Loss unterhalb der 22 wegen des Kanals. Und deswegen gibt es dann darunter gegebenenfalls Abgabedruck. Last but not least, Bitcoin, Ethereum. Folgendes muss ich dazu sagen. Während ich aufgrund auch der starken Rallye und der starken Widerstände bei Bitcoin nicht besonders bullish für Bitcoin bin, es ist gleichzeitig so, dass es meiner Meinung nach eine größere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass der Dollarpreis in den kommenden Monaten runterkommen sollte. Das eher, weil die Fed die Zinsen senkt, aber nur, weil sich die Wirtschaft moderat verlangsamt. Falls es aber zu einer echten Rezession kommt und spekulative Asset-Klassen wie Bitcoin sehr stark ausverkauft werden sollten, dann kann Bitcoin stärkeren Abgabedruck entwickeln. Für den Fall aber, dass die Fed die Zinsen senkt, nur weil die Inflation zurückgeht, kann sich Bitcoin stärker halten. Ich hoffe, dass ich in der Lage war, das verständlich zu erklären. Also wenn wir uns hier Bitcoin anschauen und ich gehe einmal in den Tageschart, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich hatte euch gesagt, 50.000 ist der Endgegner. Das ist eine psychologische Marke, es ist das 61er FIP und eine horizontale Widerstandsmarke. Bitcoin ist an dieser Marke gescheitert. Ich werde auch nicht müde zu sagen, dass ich der Meinung gewesen bin, dass Bitcoin das Potenzial hat, zwar von der 17.000 in Richtung 30.000 zu gehen, dass er sich A dort nicht lange halten wird, dass er wieder in Richtung 50.000 fallen, 15.000 fallen wird und B, habe ich gesagt, darüber kommt er nicht. Das heißt, diese ganze Bewegung, also das, was er nach oben gemacht hat, habe ich nach unten erwartet. Das hat ja nicht gestimmt. Nichtsdestotrotz, die nächste wirklich große Unterstützung bei Bitcoin ist laut Enfin, finde ich auch absolut richtig, Widerstand, Widerstand, massiv gebrochen, potenzielle Unterstützung, ist bei 31.000. Wenn wir in die kleinere Zeiteinheit gehen, nämlich in den 4-Stunden-Chart, dann sehen wir nämlich folgendes, diese 33.000, 31.000 von der letzten großen Aufwärtswelle ist das 61er bei 34.000 auch eine horizontale Marke. Das ist meiner Meinung nach die nächste wirklich größere potenzielle Unterstützung. Jetzt, Ausverkauf, Konsolidierung. Konservativ gesagt, kann ich euch hier zeigen, unterhalb der 42.000. Darunter hat der Markt das Potenzial, wieder in Richtung der Teams bei 38.000 zu landen. Die nächste Stufe wäre 36.000. Wenn ich jetzt in die Stunde gehe, Obacht, der hat hier eine Bärenflagge. Also das ist der Ausverkauf. Hier ist ein Kanal, der erkannt wird. Unterstützung, 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 Unterstützung. Das heißt, spekulativ, unterhalb der 42.050. Konservativ, ich mag immer nicht den Kanal, sondern die letzten Tiefs. Konservativ unterhalb der 41.800. Selbst, wenn es Bitcoin gelänge, weiter nach oben zu kommen, ich bleibe dabei, die 50.000 ist und bleibt eine sehr, sehr starke Widerstandszone. Im Moment sind die Risiken abwärts gerichtet. Das heißt, das Potenzial, dass der Bitcoin-Preis in Richtung dieser Tiefs zurückkommen wird, sehe ich im Moment als größer. Oberhalb der 44.000 hat der Markt das Potenzial, wieder 47.000 und 50.000 abzuarbeiten. Ich würde eher die Stärke verkaufen. Ich würde hier durch diese Zone im Moment nicht traden wollen. Bei Ethereum, da hatte ich euch im Tageschart gezeigt, dass es im Markt eine starke Widerstandszone gibt, im Bereich der 2.700. Zum einen haben wir hier eine automatisch erkannte und gezeichnete Bärenflagge. Das heißt, wir haben eine abwärts gerichtete Bewegung. Die 61er-Fib bei 2.700 Punkten wurde erreicht. Erster Widerstand. Zweitens, wir haben diesen Kanal, Unterkante, Oberkante. Vielleicht sollten wir eigentlich die Linien der Kanäle etwas dicker machen. Ich zeichne den jetzt mal einmal händisch nach. Sekunde. So, im Übrigen, wenn ich die Füllung nicht haben will, zack, dicker, zack, fertig. So, benutzerfreundlich. So, dass ihr einmal diesen Kanal erkennt. Das heißt, es war eine Fibu-Marke, es war der Oberrand des Kanals. Dort ist Ethereum gescheitert, kommt wieder zurück. Ich nehme das nochmal meinen Kanal weg. Jetzt sehen wir folgendes. Ethereum kämpft mit dieser horizontalen 2.100. Also, hier ist es Widerstand, hier ist es Widerstand, dann wird es zur Unterstützung. Und das ist natürlich die nächste sehr starke Unterstützung. Falls siberisch aufgelöst wird, laut Enfin, die nächste starke Unterstützung im Tagesstart ist bei 1.500 Punkten. Natürlich gibt es dazwischen die psychologische Marke. Wenn wir uns das Ganze dann in einer kleineren Zeit, in einem 4-Stunden-Chart ansehen, dann sehen wir ja, zwischen der Zone zwischen 2.100 und der 1.500, was ich euch gezeigt habe, gibt es in einer kleineren Zeiteinheit untergeordnete Unterstützung. 2.000, 1.900, 1.800. Und deswegen, wer in einer kleineren Zeiteinheit arbeitet, der muss dann eben auf Zwischenmarken achten. Wichtig ist aber folgendes. Wir sehen hier diesen Ausverkauf und anschließend diese Konsolidierung und im Stunden-Chart. Oh, okay. Ich habe gedacht, dass er jetzt hier eine Flagge erkennt. Also auch eine Flagge wie bei Bitcoin erkennt. Erkennt er nicht. Erkennt er das denn im... Oh, okay. Der hat hier eine steile Flagge erkannt, die auch schon bärisch aufgelöst worden ist. Also hier ist der Ausverkauf, hier ist die Konsolidierung in Form einer Flagge, die aber auch schon bärisch aufgelöst wurde. Obacht. Je kleiner eure Zeiteinheit, desto eher ist es so, dass ihr versucht, den, entschuldigt bitte das salope Beispiel, den 10-Jährigen zu verprügeln. Der hat aber ältere Brüder und der hat einen Pfarrer. Also wenn ihr den 15-Minuten-Chart verarzten wollt, müsst ihr mal aufpassen, wo ist die nächste Unterstützung in der Stunde, im 4-Stunden-Chart, im Tages-Chart und so weiter. Und nicht selten ist es halt so, dass, ich nehme das mal hier einmal kurz mit dem Pfeil, das, was so die Höhe des Kanals ist, hier, nicht selten ist es so, Moment, ich kopiere das einmal, so nicht selten ist es so, dass der nur die Höhe des, guck mal, hat er exakt abgearbeitet, dass er die Höhe des Kanals abarbeitet, ich hoffe, dass es auch sichtbar ist, wartet mal kurz, ich mache es mal breiter, so, dass er die Höhe dieses Kanals abarbeitet und dann ist auch, pfff, die Kraft dieser Formation, äh, zu Ende. Deswegen glaube ich persönlich, die größere Zeiteinheit, wirklich entscheidend ist diese 2,2 bis 2,8, 2,1, falls die bärisch aufgelöst werden sollte. Falls der Markt, ich würde aufkommende Stärke nicht kaufen, aber Widerstände in Richtung 2,6, 2,7, technisch, taktisch gesprochen, sind Widerstandszonen, die für Short-Trades wieder interessant sind. Ich hoffe, dass ihr nicht nur Mehrwert bekommen habt, äh, aufgrund der technischen Analyse, sondern auch Lust bekommen habt, mit Anfin zu arbeiten. Großer Vorteil, extreme Zeitersparnis, und es ist auch völlig egal, welche Asset-Klasse ihr euch anguckt. Also, ich weiß nicht, äh, ich will mir jetzt angucken, wo ist denn die nächste Unterstützung, äh, bei Meta, äh, nach dem Ausbruch im Tageschart, und da muss man sagen, ja, so stark wie der ist, die nächste wirklich starke Unterstützungszone, im Tageschart ist bei 270. Gut, ob der da nochmal dahin kommt, sei dahingestellt. Wo ist denn in der kleineren Zeit, die nächste Unterstützung, ah, okay, da ist die bei 340. Egal, welche Zeit er hat, egal, welche Asset-Klasse, ab März vollautomatisiert, jetzt schon zu haben, wenn ihr euch für unser Formationstrader-Produkt entscheidet, mit uns traden, mit uns investieren, und auch noch unsere Chartsoftware nutzen, noch in der Beta, noch nicht vollumfänglich, mit den automatisierten Tools. Hoffe, dass das für euch hilfreich gewesen ist, danke für eure Aufmerksamkeit, habt einen schönen Sonntag, habe die Ehre, und empfehle mich. Vielen Dank.